Heute im Test und Vergleich ältere Brummkreisel von Keller Feuerwerk. Viel Spaß! Jetzt im Vergleich die Brummkreisel von Keller Feuerwerk. Die Brummkreisel von Keller Feuerwerk. Die Brummkreisel von Keller Feuerwerk. Jetzt haben wir beide getestet. Für mich ist der Gewinner dieser Brummkreisel. Weil der Effekt war viel besser und der hat einfach mehr Power gehabt. Ich hoffe euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.